Begleitet uns heute noch mal einen weiteren Tag hier in München. Hallo mein Lieben, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus München. Und ja, wir sind schon auf dem Weg zum Frühstück in der Innenstadt. Ich hatte auf Instagram gefragt nach euren Tipps zum Gutfrühstücken und wir haben uns jetzt für die Max-Emmanuel-Bauerei entschieden. Und da gehen wir jetzt hin. Und danach muss ich mal gucken, dass ich meinen Koffer am Hauptbahnhof abgebe. Und dann fahren wir auf die Theresienwiese, denn dort ist das Frühlingsfest. Heute ist das Wetter aber nicht so frühlingshaft, leider. Es hat nämlich geregnet, aber vielleicht wird es ja später noch besser. Also wir haben tatsächlich ein Plätzchen bekommen, aber es wäre schwer gewesen. Also wir haben nur eine Stunde Zeit, weil dann wieder der Tisch reserviert ist. Also wenn ihr herkommen wollt, unbedingt reservieren. Und hier gibt es samstags und sonntags von 10 bis 15 Uhr Brunch. Hier gibt es dann die Getränke. Ähm, Onsen-Eier haben wir jetzt festgestellt. Da sind pochierte Eier. Hier gibt es Ex-Benedict, deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen. Ist eigentlich scharf gestellt. Müsste eigentlich. Avocado und dann gibt es auch verschiedene Platten mit Käse, ohne Käse. All-in, Lachs, aber auch Bowls. Und ja, klassisch bayerisch natürlich auch Weißwürste. Und Rüreei, French Toast und Pancakes. Ja, hier seht ihr Ninas Essen. Sie hat die Onsen-Eier bestellt. Das sind so eine Art pochierte Eier, aber auf Japanisch gemacht. Sieht sehr interessant und sehr lecker aus. Dazu hat sie eine Brezel und Brotsticks. Meine Ex-Brina hat schon mal das Rührei bekommen mit Speck. Und der Rest kommt gleich noch. Mein Ex-Benedict ist da. Und ja gut, für 12,50 Euro ist schon ein stolzer Preis. Aber ich liebe es einfach. Und Brinas Käseplatte ist jetzt auch da. So, wir sind fertig mit Frühstücken. Wie gesagt, wir hatten ja noch eine Stunde Zeit, deswegen mussten wir uns ein bisschen eilen. Aber alles gut. Wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Ich fand's lecker, aber Brina hat es gerade schon gesagt, ist das schon relativ teuer für das, was es ist. Also, ja. Ich hab jetzt... 5 Euro. Ja, orange Frischgespräch 5 Euro. Also, ich hab jetzt für mein Ex-Benedict mit Cappuccino, mit Latte Marchette und Orangensaft mit Trinkgeld 24 Euro bezahlt. Sind ja schon fast Schweizer Preise hier. Naja, wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof. Mein Koffer irgendwo deponieren und dann fahren wir weiter zur Theresienwiese. Dort treffen wir dann wahrscheinlich auf Lotte, Daniel und Sven kommen jetzt auch nochmal kurz vorbei. Ja, irgendwie finden sich die Wege immer zusammen. Wir wissen ja an der Theresienwiese angekommen. Hier. Und schaut mal, wer wir spontan getroffen haben. Guck mal. Sag mal Hallo. Hallo. Moment, ich krieg gerade einen Call von der Lotte. Willen wir hier alles treffen? Hallo Lotte. Ich bin sehr geschaffen. Ich bin sehr geschaffen. Ihr Schießtalent unter Beweis stellen. Direkt mal 50 Euro aus. Direkt 50 Euro. Ich glaube, der ignoriert dich, Brina. Na, guck mal, wie viel sie trifft. Sie möchte unbedingt auf Herzen schießen. Vielleicht wird es aber spannend. So, ich habe Angst. Oh je, ich habe Angst. Ich will den Tee-Dee, aber nur ein... Boah. Also, ich mach mal... Wir laufen jetzt hier ein bisschen rum. Hier gibt es Ballon-Pfeil-Dart, was auch immer. Hier gibt es ein kleines Kettenkarussell. Und hier ist ein großes Riesenrad, wo wir gleich noch ein Lotte treffen. Und Brina hat gerade Prinz Damien getroffen. Du hast was im Auge. Ja, also Brina hat gerade Prinz Damien getroffen. So ganz zufällig. Ganz zufällig. Mit einer Schoko-Banane in der Hand. Und ganz viele Stars haben wir hier ja schon getroffen. Uns ausgenommen natürlich. Brina und... Ich muss ja gerade mal den Daniel filmen, weil da Kinder in der Bahn sind. Und Weihnachtsbäcker rein. Nein, nicht Daniel. Sven und Brina fahren jetzt die Piratenbahn für den Coaster-Count. Da sind sie. Aber wir wollen die Bistolen. Ja, das ist ganz schön. Aber wir wollen die Magen nicht. Aber wir wollen da das nicht sp solely ein besonderer Beござ出来. Wir wollen die Eingl deslift Конst undiyeren. Vielen Dank. Ja, wir sitzen jetzt hier, es ist super warm, es ist eine laute Lautstärke und das ist die Karte. Hier gibt es zum Beispiel Hehnbill für 12,90 Euro, eine halbe Haxe für 17,90 Euro, ein Schnitzel kostet hier 17,90 Euro. Ja, Daniel hat schon sein Bier. Die wird von alleine weniger, weil der Schaum weg ist. Und die Lotte ist auch mittlerweile da. Was kostet denn ein Maß? 12,90 Euro. Aber Weißbier, hast du nicht das Augustiner Bier? 12,40 Euro und ein Russe kostet 12,90 Euro. Also ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Ich habe mir das Hähnchen geholt, einfach keine Beilagen dabei. Ihr könnt euch natürlich Beilagen bestellen. Der Sven hat hier eine Currywurst und Rina hat den Pfefferrahmenbraten mit Spätzle. Guten Appetit! Wir sind jetzt raus aus dem Festzelt und aus der Sauna. Es ist wirklich so heiß. Ich dachte zwischendurch kollabiere. Mir war es so warm. Wenn ihr rausgekommen hättet, scheint tatsächlich die Sonne und wir können die Jacke auslassen. Ja, einfach schön. Wir schlendern jetzt hier weiter rum und gucken uns an, was es noch zu erleben gibt hier auf dem Frühlingsfest. Musik 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 Geld Geister irgendwas für 6 Euro pro Person. Geister irgendwas. Geister Parcours. Ja, 6 Euro für Kinder, 5 Euro unter 10 Jahren ermäßigt. Ich bin mal gespannt. Daniel, wo ist er denn? Er hat sich nicht getraut. Er ist einmal weggelaufen. Wir sind mit der Geisterbahn gefahren und es war jetzt in Ordnung. Es gab ein paar Schreckmomente. Aber hinter uns stand eine Frau mit einem dreijährigen Mädchen und hat gefragt, ob es in Ordnung ist. Das würde ich nicht machen. Als Kind, als Dreijährige hätte ich da wahrscheinlich echt Panik bekommen. So, ich möchte mir jetzt noch Mandeln holen für die Fahrt später im Zug. Was ist jetzt? Was ist da? Der Fisch? Ah! Und ja, kostet hier 100 Gramm. 7 Euro, 8 Euro. Erdnüsse gibt es auch. Gebrannte Haselnüsse und Mandeln. Hier gibt es, hat die Lotte gerade erzählt, ganz traditionellen Fisch. So wird er hier gegrillt. Was ist das für ein Fisch? Zande. Was ist das für ein Fisch? Die Makrele. Eine Makrele. Entweder mit Makrele oder Lachsfarbe. Ah ja. Sieht gut aus. Jetzt gerade hier mit Lotte im Park unterwegs. Haben einen schönen Nachmittag. Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und wir sind jetzt hier im Park und hier war die Landesgartenschau. Oder Bundesgartenschau? Landesgartenschau. Ja. Und das sind die Überbleibsel. Hier gibt es so Tempel mit Buddhas. Hier ist einer. Da oben ist noch ein Teehaus. Da hinten ist dann so ein Kino. Da hinten ist ein Kino. Open-Air-Kino. Also echt schön, muss ich sagen. Das ist Lottes Hund. Miki. Bei ihm habe ich morgen wahrscheinlich Muskelkater. Ja. Gott, gut junges Park. So, ich bin jetzt wieder am Hauptbahnhof angekommen. Wir haben jetzt, wenn man hinzukommt, knapp 45 Minuten. Ich habe den Nachmittag mit Lotte verbracht und ihrem Baby und Hund. Brina und Nina sind ja gegen 15 Uhr gefahren. Und Lotte wohnt ja direkt an der Therese in Wiese. Das heißt ja, ich habe ihr einen Kaffee getrunken, ein bisschen Kuchen gegessen. War mir sehr, sehr lecker. Und dann sind wir noch einen Parkspaz hingegangen mit Hund und Kind. Und haben uns schön unterhalten. War schön. Haben uns lange nicht mehr gesehen. Und ja, war ein sehr entspannter. So entspannt war es nicht, weil wir ja tatsächlich sehr, sehr viel gelaufen sind im Park. Und der Hund hat mich schon beansprucht. Aber alles gemanagt. War auf jeden Fall super schön. Wie gesagt, jetzt warte ich hier ein bisschen. Ja, hallo von zu Hause. Das ist tatsächlich auch gleich ein zweiter Versuch, den ich gerade schon mache. Denn irgendwas ist, glaube ich, entweder mit der SD-Karte oder mit der Kamera kaputt. Ich hoffe, es ist nur die SD-Karte, weil Kamera war ein bisschen schwieriger und teurer auf jeden Fall. Irgendwie, ich habe dann schon nach der, also ich habe das Video beendet ja am Bahnhof und habe dann die Kamera ausschalten wollen. Und die ist nicht wieder reingefahren, die Linse. Und dann stand irgendwie Datenrückgewinnung und so weiter. Also irgendwie was ganz komisches, was ich vorher auch noch nie so hatte. Und jetzt habe ich es gerade nochmal aufgenommen mit derselben SD-Karte. Und hatte auch wieder nur so einen halben Clip. Und dann hat er irgendwann aufgehört zu filmen. Ich hoffe, jetzt klappt es mit der. Und es liegt, wie gesagt, nur an der SD-Karte. Ja, ich wollte das Video eigentlich noch beenden. Wir hatten wirklich einen tollen Sonntag. Hat mich gefreut, Daniel und Sven wiederzusehen. Und dann war auch Lotte. Wir hatten wirklich uns super unterhalten. Und das Frühlingsfest, ja, ist so ein bisschen Oktoberfest-Light. War tatsächlich eine sehr krasse Erfahrung so. Und mal sehen, vielleicht sind wir dieses Jahr oder nächstes Jahr auf dem Oktoberfest. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, mal eine Erfahrung, die man als Deutscher auch mal machen muss, auf dem Oktoberfest zu sein. Können wir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal beim Oktoberfest wart. Und wie ihr es gefunden habt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war schön, Lotte zu sehen und ihren Kleinen kennenzulernen. Und wir sehen uns dann im Juni. Denn im Juni ist sie mit ihrem Kleinen das erste Mal im Disney in Paris zur Pride. Und ich bin ja jetzt auch zwangsläufig da, weil das einzige Wochenende ist, wo Brina und ich im Juni dann zusammen da wären. Deswegen gehe ich wahrscheinlich auch auf die Pride und testen heute das Prinzessin-Frühstück. Aber das ist jetzt egal. Und nächstes Wochenende bin ich in Zermatt mit meinem Freund. Und da werde ich auch ein bisschen die Kamera mitnehmen und euch ein bisschen Zermatt zeigen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ja, das Video beende ich jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao. 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 Ciao.